Wenn du Gott liebst, wirst du auch automatisch das lieben, was Gott Vater auch liebt und was Gott Vater gerne wieder haben möchte, besitzen, sein Eigentum, nämlich seine Kinder. Denn jeder Mensch, der ein Mensch ist, als einen Geist und eine Seele hat, hat das ja von Gott erhalten, nicht von Vater und Mutter. Deshalb sind die Vater und Mütter auch verantwortlich von Gott, dass sie ihre Kinder versuchen. Es gelingt nicht immer. Aber sie müssen alles daransetzen, dass es klingt, wenn es stirbt, ebenfalls zu Gott kommt. Wenn halt alles nichts mehr nützt, dann Gebet, bitteschön. Es gäbe auch noch Opfer. Mein Name für Wann